heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr bei act 2 essenz des ethers abschließen können und zwar müsst ihr hier drei container aufsammeln bei hatika farms bei lewin resort und bei saravan city und ich zeige euch jetzt die einzelnen spots wo ihr diese container findet wir fangen an da bei lewin resort das ist auf der karte unten rechts davon in diesem gebäude dort lauft ihr rein leute und links befindet sich schon direkt der container und mit dem könnt ihr einmal interagieren gehen wir weiter zu container nummer zwei dieser befindet sich an dieser position links von saravanstadt in diesem kleinen gebäude und neben der kasse habt ihr den essenz container mit dem könnt ihr interagieren und wir gehen weiter zum letzten container und dieser befindet sich unterhalb von den farms zwischen diesen zwei gebäuden genau in der mitte lauft da rein und neben der kasse befindet sich der container das war es dann auch schon mit diesem video falls ihr irgendwelche video wünsche habt leute schreibt es mir gerne in die kommentare ich lese mir das durch und macht dann eventuell ein video dazu ansonsten war es das mit dem video danke fürs zuschauen und falls ihr nichts mehr verpassen wollt könnt ihr gerne ein kostenloses abo da lassen und auf den neuesten stand zu sein bis zum nächsten video ciao